Mahlzeit. Normalerweise gar nicht mein Feld, aber in der Sache muss ich das doch mal irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht weil er aus Herne ist oder so, keine Ahnung, muss ich da meinen Senf dazugeben. Und zwar hat Gamerbrother, ja wie soll man sagen, ist da nicht mal ein Streich, was da gespielt wurde, es ist einfach nur eine geschmacklose Sauerei, die ihm da widerfahren ist. Und zwar hat jemand die Rufnummer seiner Eltern herausgefunden und meinte dann da anrufen zu müssen. Ich habe jetzt Standbild, damit ich da nicht weggeballert würde von seinem Management oder so. Jedenfalls erzählt er das in einem Stream folgendermaßen. Ich habe das zusammengeschnitten, die wichtigen Dinge, damit das relativ kurz gefasst bleibt. 14 Uhr oder so, einen Anruf von meinem Vater bekommen. Am Apparat waren halt meine Eltern und die waren beide sehr, sehr aufgelöst, weil einfach irgendjemand heute einfach meine Eltern angerufen hat, der irgendwie über irgendwelche Umwege die Festnutznummer von meinen Eltern rausgekriegt hat und der hat die einfach angerufen und den erzählt, dass er bei der Polizei arbeitet und dass ich bei einem Autounfall verunglückt bin. Man will wirklich seine Mutter nicht so sehen und nicht so hören und nicht so erleben. Das ist wirklich krass und da muss ich erstmal wirklich drauf klarkommen. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht können sich einige das nicht vorstellen, die dann denken, der tut jetzt nur so oder was weiß ich. Ich habe gerade im Ruhrgebiet, natürlich gibt es das überall in Deutschland, habe ich sehr oft kennengelernt, wie stark da Bünde sein können zwischen Kindern und Eltern, Söhnen und Vätern. Bei mir war es leider etwas anders, aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen finde ich sowas absolut ekelhaft, was ihm da passiert ist. Da muss ich wirklich erstmal drauf klarkommen. Wir waren, also meine Eltern waren bei der Polizei und wir haben jetzt alles geregelt, weil der Typ wirklich, Tigger, wenn du siehst, was bist du für ein dummer, was bist du für ein Vollidiot, Mann. Du hast nicht mal deine Nummer unterdrückt. Das ist natürlich auch ganz schlau, ne. Gut, aber was würdest du erwarten von einem, der sowas macht, ne. Die sind natürlich schon ordentlich verballert. Wenn du dich so auseinandernehmen, was ist mit dir? Wie kann man, ohne Witz, Mann, mach doch irgendwas bei mir, ey. Beleidige mich als Opfer, beleidige mich als Kackspass. Mach irgendwas bei mir, aber wie kann man, wie kann man mutwillig Kackspass ist wirklich, ich finde, das ist ein geiles Wort, Kackspass. Wie kann man mutwillig einer Mutter, einer liebenden Mutter, so einem psychischen Schaden zufügen? Ich bin wirklich so froh, dass, ich bin wirklich froh, dass ich direkt ans Telefon gegangen bin. Ja, wie kann man sowas einer Mutter antun? Wahrscheinlich, wenn man vielleicht selber kein ordentliches Verhältnis zu seiner Mutter hat oder wenn man einfach nur strunzend dumm ist und einem die Empathie fehlt. Da gibt es, ja, weiß ich nicht, da gibt es keine Erklärung für. Also mir tut sowas wahnsinnig leid, gerade jetzt ihm. Also ich bin jetzt auch kein großer Fan seiner Streams, aber auch nur aus dem Grund, weil ich halt kein FIFA-Fan bin, also von dem Computer- oder Konsolenspiel. Und es ist auch völlig egal, ob man jetzt leiden kann oder nicht. Der Junge lebt ein normales Leben, ist auf dem Boden geblieben, wohnt in Herne, natürlich verdient er auch mehr, als ich meine, dass es gerecht wäre. Aber das hat generell mit YouTube und Twitch und so weiter zu tun. Aber das ist ja völlig egal. Ich gönne es ihm trotzdem. Erst aus, weil er einer ist, der eben da nicht einen großartig raushängen lässt unter, ja, weiß ich nicht, wie sich da wie so ein Riesen-A-Loch präsentiert. Also so Beispiele von richtigen A-Löchern haben wir ja in Deutschland genug. Findet ihr auch hier auf dem Kanal genug drüber. Aber wie gesagt, also ich finde das auch, also ich schließe mich da an. Also solche Sachen gehen einfach nicht. Und ich hoffe auch, dass sie den da packen. Nummer haben sie ja. Wahrscheinlich, ja, ja, gut. Also er hat natürlich auch einige Drogen dann ausgesprochen. Hier Game My Brother, von wegen, dass er ihm dann ordentlich macht. Leider wird es wahrscheinlich so ausgehen. Er wird vielleicht, weiß ich nicht, eine Strafe zahlen müssen. Und dann hat sich das erledigt. Ich würde mir aber auch wünschen, dass da härtere Strafen für sowas, denn es ist ja psychische Grausamkeit oder seelische Grausamkeit. Wenn man das irgendwelchen Eltern erzählt und die natürlich dann erstmal im Schock fallen, weil man eben, ja, einige Leute sagen sich, ja gut, das weiß man ja mittlerweile, dass da so Leute anrufen und einen da auf die Schippe nehmen. Ja, das kann man aber nicht von allen Menschen so erwarten. Viele Menschen nehmen das dann eben ernst und sind erstmal geschockt und gehen durch was weiß ich für eine Hölle, bis sie dann ihren Sohn, Tochter oder wen auch immer erreicht haben, um rauszufinden, dass das eben Blödsinn war. Also wie gesagt, ja, hat zwar, gehört jetzt nicht zu meinem normalen Kanalinhalt, sowas zu machen, aber ich musste da einfach meine Meinung loswerden. Außerdem ist er auch noch Schalke-Fan. Also, Gamerbrother, viele Grüße nach Herne und Schalke hat gewonnen. Das ist doch mal was Gutes. Grüße an die Mutter, an den Vater und dass sie sowas nicht mehr erleben müssen. Falls du das hier überhaupt siehst. Tschüss. 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 Genau.